Geht schon. Den Wurzeln brauchen wir hinten. So. Papa, Papa! Hey, bravo! Warte, du musst dir vorgehen. Du musst dich schwabeln, Schatz. Dass auch das Auto kommt. Papa, was ist dein Onkel für uns? Hä? Was ist dein Onkel für uns? Weiß ich nicht. Wie heißt das? Der Onkel vom Papa. Oh, das ist der von uns. 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 Aber du hast zwei Onkel. Du musst dich schauen, wenn du nicht selber bist. Ah doch. Das kann jeder fahren. Ich weiß nicht. Und kann nicht. Ja, wenn du Papa, dann kann ich nicht. Papa! Ja? Unser Finger. Papa! Und da! Das ist die schwangere Mama. Das sind nicht gute Trauben. Ich glaube, mitnehmen für den Kuchen. Am Trecken, glaube ich, haben sie lesen. Am Montag, glaube ich. Nächsten? Am nächsten Mittrechen Oktober. Nächsten Montag. Nächsten Montag. Ich will ja mit der Schule. Ein paar Mal Arbeit. Ich weiß ja nicht. Die Dirne ist ja eine. Die kann ich ja gelesen. Schau. Schau. Papa! Die riechen sich doch die Schuhe, ha? Ich weiß nicht, ob es eine Klasse wieder hat. Es ist schon wieder rein. Ich weiß nicht, ob es eine Klasse wieder hat. Es ist schon wieder rein. Ich habe eine Klasse. Wir haben von jeder Klasse zwei. Ich denke, der andere liest mir die Scheibdruhe. Das ist scheitert, oder? Die fangen gleich mit den Scheibdruhen, wenn wir die Scheibdruhe lesen. So viel schert er. Nicht so viel Scheibdruhen, wenn sie es nicht haben. Jetzt kommt der Zock. Was sind denn die Kinder, Großangl? Nein, das ist nicht. Ich kann die Stefan mitfahren. Bleibt sie stehen, bitte. Haben wir da die Steffelzahler drinnen? Echt? Ja, da ist er da in der Warte drin gesessen. Ja. Der Traktorfahrer, ha? Bleibt stehen, warte, Trafella. Ich grüß euch. Hallo, Servus. Hallo. Grüß dich. Hallo. Hallo, Servus. 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 Hallo, Servus, Peter. So zuvoll. Da wirst du auch eingekreffen. Ja. Wir werden nicht falsch gefahren. Wir haben gesagt, fragen wir den. Der weiß sicher, dass er ein bisschen rauf geht. Nein, was nicht. Gut drauf. Ja, passt. Ja, nein, passt. Ein bisschen du. Wer ist denn er? Der John. Der John, wie ist der John. Kennst du ihn nicht mehr, John? Nein. Schon groß. Der Elvis kam am besten rein. Warte, anbremsen wir es raus. Das ist so. Ich darf es besser verkaufen. Ja, das ist so. Du musst uns auf jeden Fall machen. Wie viel Lust. Brav. Es ist so großartig. Papa? Warum? Ja, mal gleich. Hey, werden wir uns nehmen. Papa? Da ist gar nichts los, zieh dich auch um. Hallo. Servus. Das war der Meerstraden. Servus. Ja, das war der Alte. Das geht jetzt nicht, was der Alte ist.